Musik 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 Da gibt es beispielsweise im Bereich der Straubinger Strasse ständig irgendwelche Probleme mit Vandalismus, Anpöbelungen etc. Ich weiß also nicht, wie lange wir noch warten sollen, bis etwas passiert. Musik Ständig kommen zu uns Bewohner und beschweren sich über Zustände, die dort herrschen. Es handelt sich dabei um die Siedlung Straubinger Strasse. In den Medien, aber auch von der Bevölkerung wird es so empfunden, dass auch dieser Teilbezirk der Stadt als Ghetto verschrien ist. Musik Dieses Gebiet ist massiv von Integrations-, Vandalismus- und Kriminalitätsproblemen betroffen. Musik Viele wollen dort wegziehen. Vielleicht aufs Land. Musik 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 Vielen Dank.